So, der Schilling meldet sich durch diese Welt von Drakensang Online mit ein wenig Destruktor. Genau, denn der wird ja bald vielleicht, ich will nicht zu viel spoilern, aber doch eine feine Rolle spielen in Drakensang Online. Und noch dazu möchte ich legendäre Items farmen für ein nettes Video. Ich will mal wieder was aufmachen und zwar richtig viel, also nicht nur fürs Video, sondern für meinen Charakter hauptsächlich. Genau, das ist der Plan. Hier sieht man übrigens, dass 5% Runspeed reitet, hier wollte ich sagen, dem Begleiter. In Action, das ist dieser Teufel, kostet paar tausend Gold. So sieht der aus, aus nächster Nähe. Ja, ich brauche auch mal so ein 5% Runspeed Reit-Tier. Wieso sage ich immer Reit-Tier? Ich meine nicht Reit-Tier, sondern so ein Pet. Genau, mal schauen, was die Blechdose heute so drauf hat. Der gute alte Destruktor. Ich mache nicht so die Bomben, ich stehe einfach nur doof da. Und das wird dann schon irgendwie... Ach, genau, mich trifft es direkt mal. Sehr schön. So, wow. Achtung. Was hat er zuerst als Fähigkeit? Ich hoffe nicht, das Feuer, das ist nämlich am nervigsten. Mal schauen, was hat er, was hat er? Weiß ich jetzt noch nicht. So, hier immer irgendwo einen Wächter hinstellen, dass dieses rote Gedöns nicht treffen kann. Wenn man nicht weiß, wie man etwas nennen soll, einfach Gedöns dazu sagen. Wow. Der droppt aber echt sehr häufig Zugänge. Allerdings habe ich selbst noch nie erlebt, dass einer aus meiner Gruppe ein Unique bekommen hat. Nichts. Weder die Waffe, noch... Oh. Jetzt habe ich gar nicht... Das ist ein schöner Damage, habe ich gar nicht so aufgepasst. Links oben. Wo ist ein Mob? Hopp, ja. Das dürfte schön getimt sein. Wo sind denn die? Hier. Wow. So, habe es noch nie erlebt, dass in meiner Gruppe jemand ein Unique hatte. Man sieht zwar gut, jetzt hat er die Vögel hier für alle. Ich verkneife mir jetzt mal einen niveaulosen Spruch. Denn ich bin nicht... Nein. Ich verkneife ihn mir. So. Also, muss ich noch erleben. Fände ich ganz cool. So, die Robe ist sehr fein für den Magier. Ich will sie ja nicht selbst haben. Nur zumindest mal in der Gruppe will ich es erleben, dass ein anderer so ein Item bekommt. Mal schauen. Irgendwann wird es vielleicht passieren. Wow. Das war sehr gut getimt sogar. Der hatte bei weitem nicht die vollen HP. Jetzt hast du jetzt schon die Bombe. Okay. Dann mehr Damage drauf. Und das war es. Jetzt nur noch aufpassen. Das hier nirgendwo... Sauber. Oh, das ist mal Spitzentiming. Also, wenn man sich das jetzt ansieht... Oh, wie gut. Nein, verdammt. Am Ende hat er sich noch einmal geheilt. Heieiei. Aber er hat doch direkt gedrückt. Das fand ich unfair. Das wäre richtig perfekt gewesen eben. So. So. Oben rechts. Na dann. So, hier der lebt auch noch. Das ist die Arbeit der Mages, die mit Singus zu belegen. Und hier kommt ein Baum. Den ich mir aber leider nicht schnappen kann. Oh, schade. Das war ja perfekt. Er hat direkt danach gedrückt. Und trotzdem hat sich der Destruktor noch aufgeheilt. Mieiei. Ach, komm schon. Mies. Sehr mies. Wenn man hier stirbt, übrigens einfach liegen bleiben. Leute nicht wiederbeleben. Das sehe ich sehr oft. Dass sich manchmal einfach jemand für 120 an der Mand wiederbelebt. Das ist doch Unfug. Man kann Seelensteine für 40 an der Mand kaufen. Beziehungsweise bei den Gauklern bekommt man auch so viele. Einfach warten, bis man wiederbelebt wird. Das ist echt Mumpitz. Sich hier selbst zu beleben. Nicht tun. Einfach warten. Es sei denn, man hat eine Random Gruppe. Und die sind alle asozial. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Oh, ich habe schon wieder nicht aufgepasst mit den Lebenspunkten. Und zum Glück haben wir hier eine feine Gruppe schief direkt am Start. Oh, wieder ein schöner Run, kann man sagen. Das spart Essenzen. So, und zum Finale hier noch drei Minuten Buff. Oder waren vielleicht rote Essenzen abgemacht? Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe Blau. Nö, Standard ist Blau hier. Wenn man nichts dazu sagt, würde ich mal sagen. Wow. Haarscharf. Das war haarscharf. Bam, badam, bam, badam. Einen Run haben wir schon gemacht. Beim letzten Run habe ich bekommen irgendeinen Stein und ein legendäres Item. So, hier den Wächter hin. Der fängt dann nämlich die Schüsse ab. Beziehungsweise, wow. Man kann auch ausweichen. Wenn man dran denkt und aufpasst. So, jetzt kommt er gleich wieder. Einmal noch. Und ich mache einen Abflug. So, Daumen drücken für ein Legi. Was habe ich hier gehört? Ich habe ein schönes Geräusch gehört. Was war denn das? Was war denn das? An der Mann sehe ich hier. Ein Würfel. Eine Robe. Ja. Hier. Ah, sauber. Eine Reiseration. Habe ich hier? Was nutze ich denn hier? Habe ich leider noch nicht. Genau. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dass man die bekommt. Aber das braucht man dann wohl für ein zukünftiges Event. So, das kommt hier zu meiner Sammlung. Ich habe auch einen Würfel. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es noch einen Run. So, Destruktor Nummer 2 incoming. Jetzt bekomme ich aber das Dank, weil ich hier aufgenommen habe. Vom Destruktor, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich die Reiseration. Oh, Jackpot. Gutes Heil-Elixier. Den nehme ich auch mit. Denn so viele werden wir wahrscheinlich... Oh, ganz vergessen. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen. Dass ich dann noch Inventarprobleme hätte. Habe jetzt die Farben weggeschmissen, weil... Ja. Irgendwann reicht es dann auch hier. Mit dem Aufheben. Ansonsten gibt es nicht viel aus der Welt von Drakensang. Außer, dass ich mich schon auf das nächste Event freue, wenn es denn kommen wird. Und... Yo. Ich muss mir auch jetzt... Oder... Soll ich das jetzt machen? Aber ich würde gerne noch warten, bis ich die legendären Items öffne. Was ich mit meinen Glyphen mache, weil... Ja, eine Million ist nicht viel. 1,2 Millionen für den einen oder anderen. Aber ich farme nicht 24 Stunden am Tag. Und muss mir da schon für jede Million überlegen, wo ich die reinsetze. Also... Mal schauen. Ich bin am schwanken. Ich bin am schwanken. Aber... Kritische Trefferwertung, habe ich schon mal gesagt, muss ich gar nicht mehr so extrem haben. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht so häufig kritze im PvP. Und im PvE ist das egal. Also Lebenspunkte wären auch nicht so schlecht. Zum Beispiel, dass ich etwa mein Drakenset aufwerte. Aber dann denke ich mir die ganze Zeit... Na gut. Drakenset. Was ist, wenn ich irgendwas Feines, Neues bekomme? Das Drakenset würde ich im Leben nicht einschmelzen. Das würde ich mir einfach aufheben. So, war das jetzt? Das würde ich mir einfach aufheben. Und diese Glyphen bekomme ich dann nicht mehr raus. Sozusagen, obwohl es auch Leute gibt, die... Solche Sets schon eingeschmolzen haben. Ich meine, Keens, Roshans, Jachax... Da kann man noch ein Auge zudrücken. Dass man sagt im Notfall... Ja, das bekomme ich vielleicht irgendwann mal wieder. So, da wird er sich voll heilen. Aber egal. Dafür war der letzte Run sehr fein. Genau, also das in der Hinsicht... Das Drakenset will ich echt nicht einschmelzen. Deshalb setze ich dort ungerne viele Glyphen rein. So, ein paar hunderttausend, das geht auf jeden Fall. Nur da muss man eben immer weiterdenken. Anders ist es zum Beispiel bei meiner Einhandwaffe. Wenn ich da eine neue finde, dann... Ja, kann ich die alte getrost einschmelzen. Nur für mein neues Waffenleveler brauche ich noch ein bisschen... Was kostet das noch? Wow, da brauche ich noch 1,6 Millionen in etwa. Also mal schauen... Wow. Mal schauen. Ansonsten hätte ich gerne die Kugel. Das würde auch gehen. Das könnte ich auch machen. Aber jetzt so werden die Prozente immer weniger. Also... Die Blockwertung und so weiter, die ich in... Oder als Zahl dazu bekomme, die bleibt gleich. Nur was die Prozente betrifft, wird das natürlich immer weniger. Und sauber. Sehr schön. Wird das natürlich immer weniger. Und erhöht dann pro Level nicht mehr so extrem viel. Jo, da könnte ich hier noch ein bisschen was aus meinem Charakter rauskitzeln. Vielleicht soll ich in dieser Folge. Ansonsten mache ich es nicht. Ich hebe es mir andauernd auf. Weil ich immer denke, es kommt noch was Besseres. Ich wollte es ja sogar schon längst im Hexensucher-Set verbraten. Heieiei. Da bräuchte man mehr Zeit, um den ganzen Tag Q6-Map 2 zu farmen. Dann müsste ich mir solche Gedanken nicht machen. Sondern könnte einfach eine Million hier. Eine Million da. Und tralala. Hier irgendwo ein Wächter, der das abfängt. Zur Not. Wenn man sieht, dass ansonsten jemand getroffen wird von dem Roten, muss man sich einfach opfern. Und den Schuss abfangen. Oh nein. Ach so, ja. Das mit den Glüfen hat sich erledigt. Ich muss im Chat sehen. Ja, ich werde meinen Charakter löschen. Oha. Ich werde meinen Charakter löschen. Sorry, Leute. Das war dann mein letztes Video aus Drakensang Online. Der Hate ist zu stark. Ich muss mich dem Hate beugen. Anonyme Leute im Internet schreiben doofe Sachen über mich. Ah, was soll ich nur davon halten? Ich bin ganz traurig. Mann, Mann, Mann. So, Wächter hier hin. Und ich habe nicht mitgezählt. War das der Letzte? Der Letzte oder Vorletzte? Eventuell der Letzte nimmt jemand. Die Bombe. Wow, das war der Letzte. Und irgendjemand rastet hier vollkommen aus. Besonders der Attack Speed von Schief. Obwohl, ich habe es so mit meinem Valdi festgestellt. Ich glaube sogar. Wow. Beim Valdi sehen weniger Prozente noch mehr aus als beim Mage. Also beim Valdi kann man weniger Prozenten eine krassere Animation erreichen. So rum wollte ich sagen. Geringfügig allerdings. Jo, so. Hey, wenn man vom Teufel spricht, schreibt mir gerade jemand über Attack Speed. Nein, das habe ich mir nicht ausgerechnet. Das gab es früher mal, aber jetzt sind so viele neue Items dazugekommen. Sehe ich hier was? Nö, aber trotzdem ein netter Loot, kann man sagen. Dann Kristall. Würfel. Ah, wieso bekommen die alle? Nur ich nicht. Würfel. Einfacher Onyx. Jo. So, Würfel habe ich auch. Genau. Man könnte sich den bestimmt ausrechnen mit allen Items und jetzt noch 40% von den Handschuhen. Aber das sind so Werte irgendwie. Wie soll man sagen? Die sind nicht von dieser Welt. Sowas kann man nicht erreichen. Sagen wir mal. 40% Handschuhe. Dann. Ja. Es geht auf jeden Fall sehr viel. Dann gibt es noch ein Amulett mit 10%, welches wahrscheinlich niemand mehr besitzt. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei der Gruppe und würde sagen, dass es einfach beim nächsten Mal weitergeht.